It's the most wonderful time. It's the most wonderful time of the year. BIRL TV Ja, wir befinden uns mitten im Weihnachts-Countdown. Und was darf denn in dieser Winterzeit nicht fehlen, wo es draußen so grau ist und kalt? Da dürfen schöne Kuschel- und Dekokissen nicht fehlen und natürlich auch die passende Decke dazu. Aber so ein ganz normales Dekokissen ist ja irgendwie ein bisschen langweilig. Wir haben jetzt hier zwei Exemplare, die sogar LED-Lichter mit dabei haben. Sie sehen es wahrscheinlich gerade schon. Und auch eine Kuscheldecke und die kann auch leuchten. Ja, das sind alles richtige Highlights. Stücke, die man so gar nicht finden kann, wenn man nicht hier bei BIRL TV zuschaut, weil das so besondere Dinge sind. Als erstes, wie gesagt, zwei Kissen-Motive, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Die sind so genial, weil sie hier ein Kissen haben, was nicht nur wunderschön aussieht, sondern auch noch so schön leuchten und blinken kann. Ist das nicht mal was Teures, ist mal was anderes, ne? Und abgesehen davon, dieses Motiv hier, ist das nicht schön. Wir haben eine schöne Schneelandschaft, einen tollen Sternenhimmel und dann hier relativ dezent die Tanne, die aber gar nicht mal so dezent hier leuchtet. Aber ich möchte Ihnen das mal gerne zeigen. Auch ohne diesen Leuchteffekt ist das ein richtig schönes Kissen. Also das muss nicht ständig leuchten. Tagsüber ist das auch ein wahnsinnig tolles Motiv. Sie sehen hier, das funktioniert sowohl mit Licht als auch ohne. Wie mache ich das jetzt? Fragen Sie sich es nicht so, dass ich hier einfach zaubere, sondern ich habe hier einen kleinen Schalter im Kissen, sodass ich das anschalten kann. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, sind diese Kissen denn überhaupt kuschelig? Der Kuscheltest kommt jetzt. Ja, sind sie. Also richtig schön flauschig. Da kann ich mich schön reinlegen mit dem Kopf. Und was ich ganz wichtig finde, diese Kissen hier verlieren keine Fülle. Das ist richtig prall gefüllt, das Kissen. Das heißt, das Inlet kommt mit, das ist nicht nur die Kissenhülle, die Sie bekommen. Und das zu dem Preis. Ein tolles Kissen mit super Inlet, dann auch noch mit tollem Motiv und LED-Lichtern. Da müssen Sie zugreifen, solange es noch lieferbar ist. Ja, das müssen Sie wirklich. Denn zu dem TV-Sonderpreis hier 14,99 Euro kann man sich auf jeden Fall hier unser Deko-Kissen bestellen. Ich finde das auch richtig schön mit dieser Schneelandschaft und dann gleich mit dem Tannenbaum. Ja, vielleicht sogar zwei bestellen, weil Kissen, die sehen immer so traurig aus alleine auf dem Sofa. Ich finde, da müssen zwei oder drei auf jeden Fall schon her. Ich muss mal gerade den Regisseur zitieren, der hat gesagt, Kissen sind Rudeltiere. Das finde ich übrigens perfekt. Aber auf dem Punkt, auf dem Sofa, viele Kissen, auf dem Bett viele Kissen. Da sollten mindestens zwei Kissen hier Platz finden. Ich glaube, ich habe neun Kissen auf meinem Bett. Stimmt, du hast richtig viele Kissen. Also bestellen Sie neun Stück. Du hast auch verschiedene Kissen-Motive, ne? Wechselst du auch mal aus? Ich wechsle auch aus, gerade so um die Weihnachtszeit. Ich würde mir sehr viele hiervon bestellen, bestimmt zwei oder drei einfach. Wir haben auch gleich noch ein weiteres Motiv für Sie. Für den Preis 14,99 Euro, wunderbar. Und weißt du, was ich auch schön finde? Gerade bei diesen zwei Motiven, die ich Ihnen mitgebracht habe, es ist nicht zu viel. Also auch gerade, wenn du die direkt nebeneinander hast, das ist einfach die perfekte Dosis an Weihnachtsstimmung hier, feierlicher Stimmung, die hier aufkommt mit den blinkenden Weihnachtskugeln. Also das ist der Hit. Übrigens auch für Kinder. Dekorieren Sie doch mal das Kinderzimmer schön weihnachtlich mit diesen Kissen. Das ist der Hit. Das macht einfach jedem Freude, ganz egal in welches Alter. Holen Sie sich schönes Licht nach Hause in der dunklen Jahreszeit, denn das macht es uns viel gemütlicher und erträglicher in dieser kalten Jahreszeit, wenn wir es uns gemütlich machen. Weil so eine Schneelandschaft, die ist ja sehr schön, solange ich drinnen bin im kuschelig-warm. Das stimme ich hier voll und ganz zu. Und Sie können jetzt hier das Deko-Kissen bestellen mit Tannenbaum-Motiv, mit der Bestellnummer der NX 4844 und der 569. Und vielleicht einfach gleich ein paar mehr Kissen bestellen, vielleicht auch zum Verschenken, weil die sind einfach wirklich super weich zum Kuscheln. Aber natürlich auch noch hier mit diesen LED-Lichtern, das ist ein richtiges Highlight. Ja, und wir sehen jetzt auch gerade eingeblendet schon das weitere Motiv, was wir Ihnen hier anbieten. Das ist nämlich dieses Rentier, was ich auch wunderschön finde, weil das hier oben ja noch so sehr viel mehr hat hier. So Geschenke sind hier drauf, paar Herzchen. Kannst du viel entdecken, ne? Wahnsinn. Noten. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob ich damit falsch liege, Moni, aber ich hätte gedacht oder getippt, dass das dein Lieblingskissen ist. Das ist ja richtig getippt. Von allen Kissen, die wir haben, ne? Ja, weil es ja so edel ist, oder? Sieht richtig hochwertig aus, da hast du recht. Sieht richtig edel aus. Aber auch hier sind wir wieder bei 14,99 Euro. Ja, das ist unglaublich. Also für all das, was Sie bekommen, manchmal zahlt man schon für ein Inlet mehr als 15 Euro. Hier haben Sie aber auch diesen schönen Kissenbezug, der im Übrigen sehr, sehr weich ist. Also man braucht jetzt nicht glauben, nur weil das bedruckt ist, dass es nicht weich wäre. Es ist richtig kuschelig, macht Freude anzufassen, macht Freude damit auch zu kuscheln. Und gerade mit diesem schwarzen Modell, das würde auch bei dir, glaube ich, gut ins Schlafzimmer passen. Das hast du ja auch, du hast ja auch goldene Details im Schlafzimmer bei dir. Das findet sich ja toll wieder dann. Gold ist sowieso für mich eine tolle, tolle Farbe, um auch zu dekorieren. Und hier haben Sie natürlich die schöne Kombination auch mit den farbigen Leucht-LEDs, die hier mit eingearbeitet sind. Und eine ganz, ganz besondere Sache, muss ich echt sagen. Also das sind echt so Stücke, da schaut der Besuch auch nochmal ganz genau hin und sagt so, oh, also es ist ja mal toll, dass du sowas hast. Leuchtende Kissen, wo gibt es denn sowas? Ja, die gibt es bei uns, richtig. Und das Deko-Weihnachtskissen mit dem Rentier bestellen Sie mit der NX 48, 45 und der 569. Und ich habe es auch schon angesprochen, es darf natürlich auch keine Kuscheldecke fehlen. Und die haben wir jetzt. Ja, die habe ich hier mal als Sofa-Überzug genommen. Ist auch sehr schön, um sich draufzusetzen, weil auch hier sehr, sehr weich. Fühl mal, Moni, wie weich das hier ist. Und jetzt fühl mal die andere Seite. Und noch flauschiger. Wahnsinn. So, und jetzt zeigen wir Ihnen die Decke mal in ganzer Pracht. Das ist nämlich so ein tolles Motiv, was Sie hier abgedruckt haben. Schauen Sie sich dieses Weihnachtsmotiv mal an. Und auch hier wieder ganz viele Leucht-LEDs, die mit eingearbeitet sind. Sehen Sie das hier? Das leuchtet wirklich. Also das sieht nicht nur so aus, sondern es leuchtet wirklich. Wir haben ganz viele Geschenke. Bei mir, süß. Ja, der ist richtig goldig mit dieser Stupsnase und sieht schon gar nichts mehr. Schade eigentlich, weil der sieht ja gar nicht die vielen Geschenke, die hier noch verborgen sind. Guck mal, hier hast du eine Laterne. Hier hast du ein Herzchen-Geschenkpapier. Ach, schön. Eine richtig tolle Sache. Diana hat uns erzählt, dass sie die auch mal gerne an Kinder verschenkt. Finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Auch gerade mal als Nikolausgeschenk vielleicht mal sehr schön. Ich meine, mit dem Preis kann man ja auch nur alles richtig machen. Und wir haben auch viele Zuschauerbilder bekommen mit dieser Decke. Das finde ich so, so toll. Ich würde sie so gerne mal hier Ihnen zeigen. Hier sehen Sie das Bild von Robert. Der hat sich hier ein bisschen eingedeckt mit unseren Produkten. Unseren Chihuahua hat er auch schon hier. Und das macht sich einfach super als Überwurf. Das ist ja auch ein schöner Schutz vielleicht mal fürs Sofa. Aber es ist eben auch wunderbar, um sich hier einzumümmeln. Und das ist ja auch das Faszinierende. Du hast hier Technik drin, aber du spürst sie nicht. Man merkt das gar nicht. Die Kabel oder wie das hier verbunden ist, die spürt man auf jeden Fall gar nicht. Aber hier auch auf der Rückseite ist das natürlich so flauschig. Also man kann die auch mal, vielleicht wenn man nackte Beinchen hat oder so, einfach drüberlegen. Weil das kratzt nicht. Es ist superweich und richtig angenehm. Und dann hier noch mit dem Wichtel. Also das ist schon mein Favorit. Ich würde den mir allein deshalb bestellen. Die Decke ist wirklich unfassbar süß, unfassbar goldig. Auch hier das Wichtelchen. Die kannst du übrigens auch waschen. Ach, Hunde lieben sie auch. Also das ist so schön hier. Dieses Licht auch gerade im Dunkeln. Hier, eins unserer Kissen hat der Hund auch direkt unterm Kopf liegen. Also sehr, sehr toll. Kann man wie gesagt waschen. 1,50 Meter mal 1,40 Meter sind die Maße. Und das können wir Ihnen nur empfehlen, jetzt hier zuzuschlagen, solange diese Decke noch lieferbar ist. So sieht es aus. Und das für 24,99 Euro. Unser TV-Sonderpreis für Sie, liebe Bestellnummer, ist die NX 4886 und die 569. Und jetzt haben wir auch noch die passenden Batterien für die Kissen und für die Decke dazu. Genau. Doppel-A-Batterien brauchen Sie hierfür. Bestellen Sie die doch direkt mit. Dann haben Sie hier auch ausreichende Ladung, Batterien in der Schublade, um Ihre neuen Kissen zu versorgen und Ihre neue Decke zu versorgen. Aber auch allerlei technische Geräte oder elektronische Geräte, die Sie damit betreiben können. Hier Lichterketten sind ja jetzt auch gerade wieder im Kommen. Batterien braucht man immer für Fernbedienung und, und, und. Alles, da ist es vollkommen recht. Also das definitiv direkt zu dem Preis mit dazu bestellen. Ja, für 7,59 Euro einfach gleich die Batterien-Typ-Doppel-A mitbestellen mit der PX 1569 und der 569. Und dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude mit Ihren Produkten. Ja. 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 Vielen Dank.